Das holt ihr ab, oder was? Ja, da kannst du ganz normal hinfahren. Da bleibt man mal offen, aber wir haben dieselben Freizeit. Sunny! Sunny! 1A-Apotheke. 1A? Okay. Hallo, Maxi! Sunny! 1A ist ja auch. Das war da so irgendwie so eine Bezeichnung. Aber das ist der Kette. Oh, ich bin bald. Mr. Homburg, hast du einen Ball? Das ist noch interessanter. Das kann man schiefen. Ja, das kann man schiefen. Bleib, bleib, bleib. Hey, komm raus! Bleib, 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 bleib. Und rufe. Das wird jetzt so Dach zu Dach nebenher kommen. Muss auch loben, jetzt hat sie es gut gemacht. Da muss man sie loben. Wie soll ich sie loben, wenn Rocky vor mir steht? Die hört euch stimmen doch trotzdem. Das ist ein ganz feines Mädchen. Das ist ein ganz, 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 ganz froh. Diese entholenen Kauka-Preis. Das bin ich ja nicht. Das ist ja nicht mehr zuhörig. So. Sunny! Aber bereit, oder? So. 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 Bereit, oder? So. So. Vielen Dank.